Hallo und herzlich willkommen zu einer völlig fantastischen Folge, heute der Dieselfilter. Und ich bin beim Video um off, ihr merkt es, in der Werkstatt läuft das Radio. So, ja, dieses Ding muss jetzt da unten rein. Warum und wieso ich das Ganze mache, zeige ich euch gleich dann. Wo rennt der denn jetzt hin? Uh, man fühlt jetzt seine Hose. Oh Mann, er sollte einen Videokurs machen. Egal, warum ich den Dieselfilter wechsle und warum ich den tatsächlich öfter wechsle, zeige ich euch in diesem Video. Da ist er. Man kann es tatsächlich ohne Hebebühne machen, wenn man schlank ist, so wie ich. Der Dieselfilter sitzt immer direkt vor dem Tank, Richtung, auf der Fahrerseite. Und, was hat er? Da. Tada! Da unten das Schräubchen, wie ihr gleich sehen werdet, wie Christian die gleich aufschrauben wird. Das ist der Wasserablass. Den kann man ruhig einmal am Tag, einmal am Tag, einmal im Jahr ruhig ein bisschen aufdrehen. Da kommt einmal ein bisschen Wasser raus, gut wie ein Filter. Und ihr seht schon, das Ding lässt sich tatsächlich mit der Hand rausdrehen. Es geht ein bisschen schwer. Am besten ist es wahrscheinlich mit zwei Händen, wenn ihr unter dem Fahrzeug liegt. Mit der anderen muss sich die Kamera festhalten. Das geht wirklich super, super easy. Ihr solltet euch eine Wanne drunter legen. Ihr habt dieses blaue Ölwändchen gesehen, was ich da mit hatte. Das solltet ihr auf jeden Fall genau deswegen. Weil da läuft natürlich ein bisschen Diesel raus. Und jetzt zieht man einfach genau, der ist nur da reingesteckt, dieser Dieselfilter. Und da sieht man schon, wie dreckig dieses Ding ist. Aber dazu gehe ich gleich noch mehr genauer ein. Da. Tada! Wunderschön. Traumhaft neu. Da oben. Diese Dichtung muss da oben in das Loch. Einmal richtig drücken. Klack. Und da sitzt das Ding schon. Es muss wirklich klack machen. Und dann sitzt der Dieselfilter. Ich habe vergessen, die Dichtung zu machen. Das sollte man vielleicht machen, bevor man den Filter wieder reinsteckt. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da ist eine Dichtung dran. Und die ist bei jedem Dieselfilter in der Verpackung dabei. Die sollte man einfach mit rauspropeln. Man sieht das so ein bisschen. Man drückt die da so ein bisschen weg. Und dann zieht man die einfach ab. Also auch das überhaupt gar kein Problem. Und jetzt hat er die Kamera versaut. Und was eine alte Sau. Ja, komm, ist gut. Ist sauber jetzt, oder? Checkt nochmal. Sauber. Ah. Sauber. Weiter geht's. Jetzt kommt natürlich die neue Dichtung da oben rein. Da ist ein Ring dafür vorhanden. Das heißt, ihr könnt sie eigentlich nicht falsch drauf machen. Der Ring ist genauso breit wie die Dichtung. Und alles andere ist Gewinde. Von daher werdet ihr das relativ schnell sehen. Äh, den Deckel hab ich sauber gemacht. Kurz mit Bremsenreiniger durchgespült. Da sieht man das so ein bisschen. Ähm. Ich mach dann unten immer den Hahn auf und spüle den einfach mal ordentlich mit Bremsenreiniger durch. Und dann ist das eigentlich sauber. Beim Andrehen wird's je nachdem immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, weil ich jetzt total händevoll Diesel habe. Und ja, deswegen nutze ich auch ganz gerne mal beide Hände. So, fest. Handwarm natürlich. Das wichtigste ist, Bremsenreiniger, das ganze Ding ein bisschen sauber machen. Da seht ihr später auch, ob das Ding dicht ist oder ob irgendwo noch Diesel rausläuft. Und, ähm, jetzt drehe ich gerne noch diesen Hahn da unten zu, den Wasserablass. Und das sollte alles fest sein. Und das checken wir jetzt. Schauen wir uns erstmal, bevor wir weiter rausfahren und da noch ein paar Tipps, schauen wir erstmal den Dieselfilter an. Seht euch dieses Ding mal an. Das Ding ist unfassbar dreckig. Und jetzt kommt Fact Nummer 1, der ist gerade mal ein Jahr drin. Und zwar setzt sich Dreck genau zwischen diesen Riefen an, ab, an, ab. Und das Problem ist, dass ich da tatsächlich Wasser sammeln kann, was nicht bis runterläuft. Und spätestens im Winter fängt dieses Wasser an, in diesem Filter zu gefrieren und setzt euch den zu. Warum erzähle ich euch das Ganze? Mir ist das tatsächlich schon passiert. Sehr, sehr unangenehm. Ihr wollt im Winter früh losfahren und das Fahrzeug hat keine Leistung. Es brennt keine Motorlampe, nix. Einfach Dieselfilter zu. Seitdem wechsle ich den tatsächlich einmal im Jahr. Und immer so vor den Wintermonaten. Wir sind viel unterwegs. Wir tanken viel an ausländischen Tankstellen oder halt auch mal an Billigtankstellen. Und warum steckt er was? Hallo? Warum steckst du es jetzt in die Tasche? Hallo? 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 Oh mein Gott, wie ein Vollidiot. Er holt mich jetzt wieder aus der Tasche raus. Ja, mein Gott. So. Äh. Was macht der? Ja. Ins Auto einsteigen. Tipp. Nach dem Dieselfilter starten wir das Auto. Achtung. Kein Gas geben. 15 Sekunden laufen lassen. Und dann kann man ganz normal fahren. Super Geschichte. Super Sache. Total einfach. Wenn ihr hier nicht gerade filmen würdet, würde das Ganze... Hallo? Ja, egal. Machen wir Schluss für heute. Wie gesagt, ich wechsle den Filter tatsächlich mittlerweile einmal im Jahr. Der hat dann so ungefähr 40.000 Kilometer drauf. Und ihr habt gesehen, wie dreckig der ist. Und diesen Tipp kann ich euch geben. Vor allen Dingen vor den Wintermonaten mache ich das wirklich sehr, sehr gerne. Sicherheitshalber, der Filter kostet 15 bis 20 Euro. Das Wechseln 15 Minuten. Von daher ganz wichtig, Dieselfilter tauschen. Und wie ich so auf dem Kopf rumliege, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Schön kommentieren, abonnieren. Winke, winke. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.